Wir haben Autobegeisterte in allen Ebenen. Und hier in der Villa Deste ist es halt doch ein bisschen ein kleineres Klientel, was dazu ging. Und mit der Villa Erba haben wir eine breite Public-Möglichkeit. Wills in Weiswurst, da haben wir heute circa 160 Fahrzeuge, die wir präsentieren. Vierabend, das hier in der Villa Deste in ein Jahrhundert. Und hier in der Villa Deste in der 2023 von Corso die Eleganza. Das war sehr unangenehm. First of all, vielen Dank für alle, die voted. Ein großes Dank für die Restoration-Team, die wirklich viel effort haben in die letzten Monate. Vielen Dank.